Musik Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken. Der nächste Begriff ist ein Ausweis. Let's go. Ausweis. Oh, oh. Moment, vielleicht wird der jemand nicht qualifiziert, weil er eine Markkarte hat. Oh, 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 oh. und ja, sehr cool, mehr Hohlkreuz, mehr Hohlkreuz Ich schmeiß eine Runde, er muss holen Ich hol Ich hab schon abgebremst Ja, angekommen, jetzt geht's hier, da ist mega notwendig Unserer, wir haben uns aus Bier verschiebt, da haben wir reichen Weil mein Gesicht hat hier gestoppt Ja, danke Zu starker Mann Das war was noch dunkler Ah ne, die Stroblers sind glaub ich hinten Von allen Seiten Ja, echt Robin, wie fühlt man sich so im Kreis der Frau und ihr noch an? Ich hab's mir auch hier Wir kennen uns, wir kennen uns Okay Also, als nächstes brauchen wir Bleib noch kurz sitzen, weil es gibt eine bestimmte Marke Einen Schuh Aber wir brauchen einen Nike-Schuh Let's go Oh 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 Mach mal endlich mal die Gelends Oh Oh No Mann, ihr ist scharf aber nicht Ich bin immer scharf Genau Ich bin gut scharf oder? Du bist scharf. Du bist voll scharf, aber ich bin schärfer. Ja, genau. Dazu sagen, was wir haben, ich will jetzt mal ganz kurz erklären. Also wir haben natürlich hier, ähm, wieder die Gespräche kurz einstellen. Wer labert hier noch? Spazieren hier aber beim Militär. Wer labert hier noch? Hallo? Sonst wie gestützt? Nein, waren wir nicht. Jetzt muss ich mir erst mal ein Stück in den Mund schieben. Das ist das schön. Wenn man hier rauskommt, Die Vorausschaftsfeiert. Ich bekle sie. Die Vorausschaftsfeiert. Au reine grey Günther. Barry, ihr geht das! Warte, ich hab noch jeden Eimer, wenn du mehr redest. Ja, war das richtig? Ja! War das richtig? Warte, echt? Wow! Oh, ja. Cool. Hintergrund ist fast noch heller, oder? Ja. Willst du alles machen? Hältere, hellere Hintergrund? Ja, aber voll. Wenn der Andi fertig ist, hat er tausend Fotos von dir. Ja, jetzt muss er natürlich mal ein Knaller kommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder das jetzt mache. Nichts. Also gut, das bietet jetzt eh keiner an. Ja, aber nicht anbieten. Besorgt mal einen BH. Nein, nicht der Einige. Einen BH. Jetzt klingelt mal jemand. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel? Wie viel? Das andere ist ja nicht. Wie viele sind ja schon Francesc! Wie viele sind ja schon? Wie viele sind ja schon? Wir haben nie unser Zeitpunkt in den B&H. Ooh, oh! Woppy! Woppy, die sind ja eng! Oh, das geht wieder. Jetzt, ich kann noch aufhören. Oh, das geht wieder. Ich glaube, die anderen sind schon unterwegs. Oh, das geht wieder. Oh, das geht wieder. Yes. Oh, das geht wieder. Dogen.